Mike Klingenberg. Psycho! Wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist André Ciccia. Check. Ist der geklaut? Nein, man, ist nur geliehen. Stell dich nachher wieder zurück. Jetzt in den Knast, oder was? Ich bin erst 14, man. Strafen wir nächstes Mal mit 15. Mit 14 bist du auf jeden Fall strafen. Ich dachte, mit 15. Mit 14. Weißt du, warum der Trainer dich nicht eingeladen hat? Du fällst nicht auf. Du musst auffallen, Mama. Soll ich dir entscheiden? Mach, was du willst! Check! Das ist geil, Alter! Ich kann's nicht, ihr Pisser wie alt seid, wie der Jungen Scheißler! Was Wo hab ich das auch? Tiefkönsitzer, hast du auch in den Ofen gedacht? Ich will wissen nicht. Ich fahr doch letztlich zurück! Und dann wer für ein anderes Auto klauen? Ich kündige jedes Mal, wenn Sprit da ist, ein neues Auto klauen.